Musik Gebieter, ihr seid ungewöhnlich ruhig. Was bereitet euch Kopfzerbrechen? Hierarch, ich will nicht unverschämt sein, aber ihr wollt, dass ich die Menschheit vernichte. Eine ehrenhafte Aufgabe für jemanden mit eurer Vergangenheit. Und ich bin dankbar dafür. Aber Sir, ihr lasst mich in alten Ruinen und leeren Tempeln suchen. Wie soll ich so mein Ziel erreichen? Für den Krieg gegen die Menschen werden wir mehr Maschinen brauchen, als wir derzeit aufbringen können. Ich werde nehmen, was wir haben. Und uns wehrlos zurücklassen? Nein, die Ahnen werden uns versorgen. Diese Welt soll die Geburtsstätte einer Invasionsflotte sein, die jede Vorstellung übersteigt. Mächtig genug, die Menschen schnell und problemlos auszulöschen. Aber diese Welt liegt brach. Hier herrscht nur Leere. Blasphemie! Nur der Geduldige findet den Schlüssel. Aber vielleicht gibt es einen schnelleren Weg. Diese Menschenfrau beim Eis-Relikt. Sie verfügt über Wissen auf diesem Gebiet. Das Relikt führte nicht nur uns zu diesem neuen Planeten, sondern auch Sie. Sie ergreift diese Frau und bringt sie her. Wie ihr befehlt. Sie sind zur Position des Kraftfelds vorgestoßen. Sehen Sie sich um. Was war das? Der Scarab ist unvollständig, aber sein Kopf funktionsfähig. Sein Schussfeld verhindert jede Möglichkeit zum Rückzug oder Abzug. Sie müssen ihn zerstören. Feuerbasis bereit. Errichten Sie eine Basis, wählten Sie Truppen und erledigen Sie den Scarab. Reaktor vollständig. So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Der Suchstrahl des Scarabs zeigt in seine Blickrichtung. Ja, hallo aus. Darf ich gleich mal aufzuzahlen. Allerdings nicht zu lange. Okay. Ja, also. Ihr seht, wir müssen hier den Scarab ausschalten. Ja, dann müssen wir das wohl tun. Wir können hier schon mal ein bisschen einsammeln. Oha. Oha. Feuer der wirklich so... Einfach ständig? Der würde doch auch den eigenen Truppen schaden eigentlich. Naja. Wie auch immer. Wir brauchen erstmal ein Fahrzeugdepot. Ah, haben wir sogar. Recht damit. Kaserne. Und... Versorgungsmodul. Und... Versorgungsmodul. Jetzt kriegt der hier... Keine Flügeinheiten. Oh. So. Kaserne vollständig. Sehr schön. Dann hier schon mal alles rein tun. So. So. Hier ist auch noch was. Rock'n'Roll. Forge. Forge. Ich zerstörte sowieso. Ich gehe da sofort. Rüstungsdepot vollständig. Ähm. Ja, erstmal Reserve hier. Wohin? Auf dem Weg. Wohin? Wohin mal weiter bitte. Wohin mal weiter bitte. Schöne Bazooka. Sehr schön. So. So. Langsam können wir mal ein bisschen vorstoßen. нуть machen. Wer... Versorgungsmodul vollständig? ijkstoolast Persian equivalent. Der da b Union aus haben war... das ist hier ... Warum? Versorgungsmodul aufgerüstet. Woures haben wir... Und wir haben erst mal hier den Skorpion ... und versuchen ihn hier hinzubringen beziehungsweise wollen wir jetzt mal hier hin aufgetankt und unterwegs reserven erforscht hohe ok sie haben einen energieknoten zerstört der kopf der scarab dreht sich langsamer aha das sind die energieknoten das ist gut zu wissen ok dann ist hier noch einer oh das ist ganz schön langsam ok so das nächste gleich mal ob der sich gerade so gut macht hier wollen wir noch ein paar versorgungsmodul aufgerüstet schicken sie uns rein schon da rock'n'roll aufgewärmt starten durch start bereit so du gehst da hin schon mal zur abwehr wo bist du gerade dahinten hoher gut dann gehst du gleich mal hier hin schicken ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wirst du auch mal hier hin Einsatzbereit. Befehle? Los geht's. Erfasst. Wo soll ich hin? Hier bitte hin. Erfasst. So. Wir machen gleich noch ein Skorpion. Am besten hier hinten erstmal das ausschalten. Hier ist auch noch irgendwas. Hier ist noch eins. Und hier ist noch eins. Und da hinten ist noch eins. Jöjö. So. Noch ein bisschen erforschen hier. Gut. Ups. Na. Komm her. So. Du guckst da hinten hin. Dann wird er mal dahin. Wir haben dort verbessert. Na. Wir sind bereit. Ich bin da. Suchen nach Zielen. So. Da müsstest du sicher sein. Genau. Puh. Erstmal erwarten. Denn... Noch ein Highspeed-Geschütz. Äh. Adrenalin erforschen. Okay. Wen hat er jetzt genau im Visier? Wo soll ich hin? Unterwegs. Ja, Sir. Wir sind bereit. Nagelt ihn fest. Okay. Wir müssen ein bisschen schneller machen. Los geht's. Na komm. Schneller. 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 Hochgeschwindigkeitsgeschütz. Erforscht. Ziel erfassen. Zweifeln den Dinger nur. Greifen ab. Das war super. Not. Feuern aufs Ziel. Auf mein Zeichen. Befehle. Okay. Der Kopf der Scarab bewegt sich jetzt noch langsamer. Weiter. Schön, aber er zerstört hier gerade ein bisschen was. Hier ist noch ein Knoten. Okay. Er reagiert jetzt langsamer. So, ich muss schon mal ein bisschen angreifen hier. So, ich muss schon mal ein bisschen angreifen. Wohin? Los geht's! Auf dem Weg. Wir sind bereit. Wir sind gestartet. Schnell, schnell, schnell. Sehr schön. Ei, ei, ei. Na gut. Das geht noch. So, ihr könnt weitermachen. Los geht's. Wir ziehen los. Langsam vorrücken. Suchen nach Zielen. Auf dem Weg. Granate. Ja, Sir. So. Die Fähigkeiten sind echt genial. Panzer auf dem Weg. Feuer noch zählt. Wie kann der da durchschießen? Sind gestartet. Online und unterwegs. Aufgetankt. Startklar. Schicken wir uns rein. Feuer. Ja, Sir. Und jetzt könnt ihr hier hin. Lösungen gefunden. Schabnell im Anflug. Greifen Ziel an. Wir ziehen los. Suchen nach Zielen. Greifen an. Granate geladen. Der Stich mit Scarra bewegt sich jetzt noch langsamer. Weiter so. Noch viel langsamer? Oh, wo zieht denn jetzt? Wieder dahin. Ei, ei, ei. Aufgetankt und unterwegs. Los geht's. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Ah, schon wieder hier. Aus dem Haus. Aber irgendwie... drehen sie es nicht hin. Wow. Einfach mal zu drei Locals. So, du gehst bitte voraus. Ziel erfahren. Wir reifen Ziel an. So, mit denen wären wir so schnell fertig. Genau. Ich bin da. Ups. Granate. Ja, Sir. Der Kopf mit Scarra bewegt sich jetzt noch langsamer. Weiter so. Rebellen-Sympathisant. Sind gestartet. Ach, arme Endo-Thomas. Der Rundschaft freigeschaltet. Sehr schön. Oh. Oh. Äh. Suchen nach Zielen. Na gut. Du reagierst sowieso nicht so. Aufgetankt und unterwegs. Okay. Auf dem Weg. Ich hab nichts gesagt. Gut. Ich glaub wir haben alles. Können wir ihn zerstören. Warten wir noch ein bisschen ab hier. Ich bin da. Online und unterwegs. Faltet sie aus. So. Befehle? Ja, Sir. Bereiten wir Schuss vor. Geht schon mal in die Richtung da. Oh. Oh. Online und unterwegs. Auf geht's. Warum können sie die eigentlich nicht überrollen? Na komm schon. Schlaf bereit. Wir sind bereit. Prüf für sie weg. Wir sind bereit. Ja. Sind schon unterwegs. Auf gewerfen. Wohin? Nagelt ihn fest. Straf durch. Obwohl. Kannst du eigentlich auch von da schießen. Wir sind bereit. Los geht. Panzer auf dem Weg. So. Einmal verstecken. Machen. Machen. Ei, ei, ei. Gut. Ihr seid noch da beschäftigt. Bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Befehle, sind gestartet Okay Schicken Sie uns rein Da sind sie nicht ganz dahinter So, jetzt aber Ja, gut, jetzt sind sie dahinter Die haben erfolgreich abgewehrt Schon nicht ein Lokast So, komm schon Du bist doch fast platt hier Das kriegt hier doch schon ganz schön Schaden Los geht's Feindlicher Andriff Okay So Ich mit dem Genau ran das Ding mal Ich geh schon mal hier hin Gut, müsste gehen So Hoffentlich passt alles Das sieht gut aus Ja, das passt Ziehen wir dich noch ein bisschen vor So Wie viel hat er noch? Ja, nicht mehr so viel So So Sollte reichen Bereit Rücken aus Ziel wird erfasst Suchen nach Zielen Wir ziehen los Sofort Oh 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 Vollet ihr heute Wir sollten unsere Basis mit dem MAB verteidigen oder Energieknoten zerstören Wir haben da schon alle Energieknoten Neue Position Torbchen ist aufgeteimt und bereit So, ihr mal da hoch Ihr müsst euch heilen Okay, warum? Okay, das ging schnell Die müssen schon mal da hinten hingehen Der Scarab ist halb tot oder halb lebendig Ehe nachdem Los geht's Ich bin da Starten bereit Bereit Besuchen nach Zielen Skorpion ist Kampfbereit Starten durch Wohin Wir ziehen los Schicken sie uns rein Online und unterwegs So Alle schnell dahinter Sieht gut aus Sieht gut aus Sieht gut aus Feindlicher Angriff Ja Ja Passt Skorpion rollt an Rücken aus Jo Das sieht schick aus Puh So Hier noch nichts mit Schaden Hier haben wir ja eigentlich alle zerstört Eigentlich dürfte nichts mehr fehlen Dann müssen wir hier noch irgendwas machen Ich glaub nicht Hier oben waren wir jetzt zwar nicht, aber Und los geht's Schicken sie uns rein Erfassen Oha Da kriegt er jetzt voll an sich Wieso Kommt er jetzt schon wieder rüber Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Schnell schnell Okay Das darfst du Ja Fast zerstört er hier Feindlicher Angriff Oha Der kommt ganz durch Okay 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 Jetzt ganz sehr bittert angreifen hier Ich glaub er ist Ja er ist durch Und unsere Basis ist auch fast zerstört hier Oha Oha Gut Dann können wir ihn weiter ablenken Und sich abfahren Er ist gleich weg Und er ist weg Kein Problem Ich sagte ja wir schaffen Puh Das war knapp Oha Oha Ja ich hoffe es hat euch gefallen Ich bedanke mich für's Zuschauen Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder Zu Halo Wars Mal gucken was wir beim nächsten Mal machen dürfen Also bis dahin